Wir sind hier mitten in der Kieler City auf der Area 1. Hallo und herzlich willkommen! Gleich wird es lustig. Einer der vier deutschen Filme im Wettbewerb Elementarteilchen von Oskar Röhler. Und es sieht so aus, als hätte er die gesamte deutsche Schauspiel-Oberliga verfügt. Was willst du wissen, jetzt ganz realistisch? Ich will wissen! Are the contact lenses or are these your eyes? Ich glaube nur, they're mine. They're all mine. Ehr! Augen auf, sag ich, dann mal. Ich muss mich doch erstmal essen. Na, da ist Stress. Immer? Wieso? Haben Sie mich Stress? Vielleicht ruhig in mir selbst. Die Faszination exerce le Maroc sur toi. Ehrliche Antwort? Ja. Ist das natürlich mal eine angenehme Unterhaltung? Bleiben Sie also dran und jetzt viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen im Studio 1. Ich verspreche Ihnen nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, dass es hier spannend weitergeht. Ihr Wunsch an die Jungen. Dass die sich einfach verstehen. You came in here and each single man of this TV station came down to the YouTube. Danke schön! Wer mehrere Wellen bringen die Augen zum Quake, verfreut mich natürlich. Was ist passiert letzte Nacht? Wir hatten halt eine kleine Party. Das war ein riesengroß Applaus für Rik Tripoli. Du siehst genau? Oh mein Gott. Wer bin ich? Wo sind wir? Du bist Milka. Ich weiß das. Du bist sehr passioniert von deinem Herzen. Scotland. Ein großartiges. Unfair treatment. Ich habe alles. Du bist ein ganzes Einzel. Ja. Ja. Du bist ein Engel. Du bist ein Engel. Was hast du auf, wenn du auf den anderen Seite warst? Talent. Bis zum nächsten Mal.